so hallo leute willkommen hier bei meinem rollenspiel basics video die tasche des spielers also nicht die ganze nummer mal denn ich gehe jetzt gleich zu einem rollenspiel treffen wir werden charaktere bauen und ich dachte mir einfach ich zeige euch mal wie ich auf so ein event oder zu einem rollenspiel gehe einfach nur weil das für mich auch schon dazu gehört für mich ist es wichtig dass das rollenspiel ganzheitlich ist das ist schwierig jetzt was meine ich damit es geht mir darum ich mag das haptische gefühl ich mag das wenn ich so eine so eine einsatztasche habe nenne ich jetzt mal und da sind meine sachen drin und wasser drin ist das zeige ich euch das hier ist meine tasche die hat mir mal ein kumpel geschenkt die hat irgendwie von der gamescom oder so starcraft 2 mit kerrigan und den zerg symbol drauf ich spiele super gerne starcraft und dementsprechend war das auch top ja die habe ich halt die ist dann irgendwann über die zeit zu meiner rollenspiel tasche geworden ich hoffe die hält ewig wird sie aber nicht tun so ich zeige euch jetzt erst mal was ich jetzt heute abend dabei habe wir wollen wir wollen charaktere bauen und uns kennenlernen es wird so eine neue neue tischrunde eine midgard tischrunde und ich habe jetzt für dieses das habe ich jetzt gepackt und es ist eigentlich nur eine sache drin die ich normalerweise zum rollenspiel nicht mitnehmen würde er zeige ich euch jetzt dass als erstes das ist mein tablet mit dem uhrwerk aufkleber warum habe ich das dabei hier sind alle regel quellen bücher die ich bei midgard 5 als pdf bekommen habe habe ich hier drauf gezogen und ja muss ich ein bisschen leiser machen die habe ich hier drauf gezogen falls einer stöbern will und ich trage jetzt nicht alle bücher mit das ist klar welche bücher ich aber mit habe ist bei midgard ganz logisch den kodex und das kanon das muss jeder midgard spieler haben da geht kein weg dran vorbei die anderen bücher sind optional aber das hier ist das wichtigste so dann hab mir so ein mäppchen mal bestellt bei amazon und dieses mäppchen hier kostet 1 euro 80 oder was ich hatte damals noch amazon prime und musste keinen versand bezahlen das ist einfach so hat auch sechs wochen gedauert bis es dabei ich dachte es kommt gar nicht mehr und also da ist der versand teurer als oder war in dem sind umsonst ja diese mäppchen habe ich einfach nur bleistifte drin und halt mehr als ein das habe ich immer so dabei habe ich mir halt einfach irgendwann mal so zugelegt das ist jetzt wirklich nicht so dass ich jetzt sage das brauche jeder ich mag das aber ich wie gesagt ich mag beim rollenspiel auch dieses ganze haptische ich gleich wieder rein sonst vergesse ich dann dann habe ich dabei meinen 12 götter würfel besser 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 von ds abend der ist aus leder hat auch so eine klappe also hat auch schon so deckel der hat jetzt nicht gehalten weil hier drin habe ich ein spitzer habe ich mir extra mal immer gekauft von faber castell der hat den kann man so öffnen und dann kann man kann man den ausleeren tipptopp wirklich und radiergummi einer der nicht schmiert ist jetzt nichts außergewöhnliches aber das habe ich immer so in dem becher dabei mit dem becher würfel ich dann natürlich dann habe ich natürlich Säckchen mit würfel drin die habe ich jetzt auf mit geld angepasst ich habe auch noch so ein würfelkästchen das nehme ich aber nicht mehr mit ich tausche das dann immer aus machen hier die feldwürfel rein oder was jetzt habe ich würfel für mit geld hier drin nichts besonderes eigentlich dann was ich immer dabei habe college block blätter beim charakter war auch beim spielen brauchen wir immer und dann meinen mit gart ordner so jetzt was oder was ein rollenspiel ordner nenn ich jetzt mal Was ist jetzt das besondere hier dran eigentlich gar nichts außer dass ich das ist es auch mein material ordner ist ich habe hier Erstmal mit gart also ich habe ich muss mal Man muss ich mich jetzt nicht sehen man kann ja den ordner jetzt sehen So ich habe mir einfach hier so alte register genommen die hatte ich noch von der von der ausbildung Scheiß der hund drauf und dann hier in glasicht hüllen jetzt meine charaktere das sind alles mit grad vier charaktere ich habe noch nie mit grad fünf charakter erstellt Das sind die charaktere plus dann zu den charakteren gibt es ja noch irgendwelche Landkarten und so von sachen diese erlebt haben und soja also sind hauptsächlich meine Dann haben wir herr der ringe gespielt habe ich dann hier auch mit rein gemacht weil das die gleiche gruppe war Haben wir star wars gespielt das habe ich auch geleitet in der gruppe und das ist mein charakter So und jetzt eigentlich das interessanteste denke ich mal das habe ich mir irgendwann mal so erarbeitet material Ich habe hier eine handgezeichnete karte von von alba die ist dieses überholt weil die Die gibt es jetzt vorden Bei midgard fünf gibt sie als quellen buchen dabei aber das sind so sachen die man so gesammelt hat weil das sind uralte spieler und so und jeder von denen hat so ein paar Fundstücke man findet noch was im internet und das ist immer ganz schön dann habe ich hier so ein so ein jahres Kreis Jetzt mal mit den ganzen tagen und so Zwergische götter das habe ich alles mal bekommen hier eine karte von buluga Die bei dem buch aus der was war das vierte oder dritte edition dabei war hier habe ich noch dann schon dragons charakter und savage worlds charakter Das wird das blödsinn so und dann habe ich immer dabei Charakterblätter Das hier sind die zauberblätter für m4 ich habe jetzt einfach mit edding drauf geschrieben dass das m4 ist Charakterbogen Nochmal charakterbogen und dann halt das gleiche bei m5 Die habe ich jetzt eben gerade erst ausgedruckt wie gesagt ich habe noch nie einen charakter gespielt ich habe jetzt Es gibt jetzt auf midgard wenn ihr den kodex habt da wo ihr den kodex runterladen könnt gibt es jetzt auch Die datenblätter nennen die sich Und das sind nur drei das ist das abenteurer blatt Dann ist es das figurenblatt und es ist ein zauberer blatt Weil in den datenblättern die ihr online findet das sind fünf oder sechs verschiedene das sind Da ist eins für den taumaturk und den weisen und eins für den tier meister und das und der ganz normale abenteurer fehlt und die ganzen figurenblätter die es da gibt die brauche ich nicht und das ist genau das was ich brauche ich brauche ich brauche Ein blatt für den abenteurer und wenn ja und wenn der Also da diese der brot diese diese beiden seiten brauche ich für alle charaktere das figurenblatt und das abenteurer blatt und Wenn ich Zauberer bin mache ich das zauberer blatt noch dazu Also ich brauche nicht diese gesonderten und so also das brauche ich nicht Weil hier die sache ist die Hier bei dem abenteurer blatt sind zu wenig fertigkeitskästchen drauf das reicht nicht Waffenfertigkeiten waffen sind hier ohne ende das sind ja bestimmt 20 Waffenslots das brauchen wir nicht dann nehme ich lieber hier das blatt das figurenblatt Aber das problem ist hier fehlen halt die kann die kampfgeschichten ja hier sind ganz viele fertigkeiten Aber also ich würde es dann so machen dass ich jetzt hier auf das figurenblatt meine ganzen fertigkeiten drauf packe Wissensfertigkeiten sonstiges alle kampffertigkeiten alles was um kampf geht kommen hier auf das abenteurer blatt Und natürlich die waffen weil das ist sie das ist eigentlich der kampfbogen das abenteurer blatt und das figurenblatt ist dann für den rest Ja und aufs zauberer blatt ist natürlich klar das ist mein für zauber Ist natürlich klar so jetzt habe ich hier noch ein paar sachen das ist von mit grad 4 dass ich weiß gar nicht ob das Selbst erstellt worden ist nee ist es von www mit grad werkstatt punkt.de vielleicht kriegt man es da noch Das ist das habe ich auch nur so das muss ich nicht mal eins gehen zur sicherheit das sind Trage Packeselblätter irgendetwas Also diese rüstungsteile drauf gegenstände tagesreaktionen goldstücke Behältnisse und so weiter Und irgendwann habe ich auch mal selbst so eins gemacht Bevor ich das andere gekriegt habe das jetzt einfach nur Gepäckgegenstände magische gegenstände wagen sonstige einfach nur platz für gegenstände Mehr ist das nicht so jetzt habe ich noch ein paar blätter die so einfach so sind BWL rohrtragdeckungsbeitrag das ist noch wie gesagt aus meiner lehre und dann habe ich hier natürlich ganz wichtig Der friedhof und die sind für mich gestorben Hier sind jetzt charaktere Die es nicht überlebt haben Und lehre Hüllen So das sind so die sachen die ich Jetzt mittlerweile in meiner rollenspiel erfahrung Machen konnte also die nein die ich mit meiner gesammelten rollenspiel erfahrung Machen konnte dass man das immer mal braucht Und Ich bin jemand ich habe sowas gerne so zusammen und dabei Und Zu 95 prozent wenn ich jetzt eine feste gruppe habe bleibt die tasche dann auch weitestgehend gepackt Da kommt dann nur noch mal ein buch rein oder raus aber in der regel brauche ich denn da gar nicht groß rum Hantieren So Ja Und das ist jetzt auch da freue ich mich auch total drauf da geht es jetzt gleich los Dauert nicht mehr lange dann mache ich mich auf dem weg Dass wir da zum ersten mal so ein bisschen mit mit geld 5 Hantieren und wo ich mich am meisten drüber freue Ist dass da leute dabei sind die So einer hat noch nie mit geld gespielt und einer ist dabei der hat rollenspiel bisher Nur mit bekannten gespielt dungeons and dragons ein paar abende und das ist also so wie er jetzt gesagt hat Zeitlich So ein bisschen ist es nicht auseinander gefallen also die gruppe existiert noch aber es ist halt immer manchmal es gibt halt wirklich gruppen Da ist das zeitlich eine katastrophe das zu managen das scheint da wohl ein bisschen so das problem zu sein Und der hat aber noch nie so viel und intensiv rollenspiel gespielt Ich werde mal gucken dass ich das so ein bisschen manager Dass es Ja ich will nicht sagen zu meinem willen läuft so aber ich möchte halt ich werde nicht der meister sein es gibt zwei leute die super lange erfahrung haben Ich werde spieler so ich überlege aber ob ich die abenteuer die ich für mit geld habe ob ich die vielleicht dann auch mal im rotationsprinzip mit Mit der gruppe spiele dann habe ich auf der einen seite kann ich noch ein bisschen meister erfahrung Und auf der anderen seite kann ich die abenteuer ausprobieren und dann für euch quasi vorstellen wie sie gelaufen sind und so Mal gucken aber das ist wirklich zukunftsmusik ich will mich jetzt erst mal darauf konzentrieren dass ich Da mitspiele und die neuen Anfänger spiele Ganz stressfrei dazu bringe dass sie rollenspieler werden und nicht nur figuren spiele Na ja Den unterschied könnte ich euch auch mal irgendwann Mal erzählen das ist aber jetzt in dem video vielleicht zu viel so das ist meine tasche das ist meine spielertasche das ist nicht meine ich leite in rollenspiel tasche Die sieht vielleicht noch ein bisschen anders aus obwohl auch nicht viel da würden dann jetzt noch Würde jetzt noch mein abenteuer drin sein Egal ob ich das abenteuer jetzt in mir als print heft mit nehme oder selbst ausgedacht hätte so Mehr wäre dann aber wahrscheinlich auch nicht drin Jung Es gibt nur noch eine sache die auf jeden fall ich mitnehmen wenn wir wenn wir in rollenspiele spielen gerade bei mit grad Das ist mein battle ground den habe ich auch immer mal selbst gebaut das ist so ein kampffeld mit einer plexiglasscheibe Und da kann man dann auf der plexiglasscheibe malen Das würde ich dann natürlich noch mitnehmen wenn wir spielen und Vielleicht irgendwie marke In der letzten gruppe ruhig gespielt haben habe da gab es So die hatten schon einen schönen kleinen fundus an figuren Und so was habe ich jetzt noch gar nicht der bennen paper das sammelt ja zum beispiel playmobil figuren alle möglichen variationen Ihr dann einsetzt Von der idee her ist es nicht schlecht man kann da nämlich für ganz viele verschiedene systeme was machen Also man kann es halt der er spielt halt viele viele verschiedene sachen und das führt dazu dass er Dass er dann auch viele viele verschiedene figuren braucht so und in der alten gruppe wo ich gespielt habe die haben halt nur fantasy gespielt Und nur mit grad und dann ist ja klar dann legen die sich natürlich einen schönen fundus an so über die zeit Das ist über jahre gewachsen und dann gab es dann halt schon dann hatten sie schon ihre 100 figuren oder so auch als gegner und so naja nicht so wichtig wichtiger ist dass Ja dass ich mich darauf freue wieder loszulegen ihr habt jetzt mal gesehen wieso meine tasche aussieht Ihr könnt auch gerne mal eure tasche beschreiben oder wie geht ihr los geht ihr nur mit dem charakterblatt los und so weiter Würde mich auch interessieren gerne unten in die kommentare und wir sehen uns im nächsten video und Macht's gut